Neue Werkzeuge, Tropenholz nehmen wir gleich auch mit, hier ein paar Sticks, bietet sich auch noch an, die Schaufel, fressen brauchen wir, haben wir fressen, nehmen wir mal die Melonen mit, lagen wir einfach mal die Axt rein, Steinziegel brauchen wir nicht, Thron brauchen wir vielleicht, falls wir uns da was gleich aufbauen wollen, Eichenholz, Tropenholz, das Schwert brauchen wir hundertprozentig, und, ähm, Fichtenholzstufe, okay, ähm, hm, was haben wir denn hier noch auf Lager, hier haben wir noch zwei Eichenholz-Dingsbums, Rindfleisch, das könnte man eigentlich noch beraten, a golden apple, das ist das goldene Produkt von Apple, oh, hier haben wir noch sogar eine Menge Holz, cool, Dann nehmen wir die Plastikstellen auch mal mit, wir müssen uns im Neta was aufbauen, diese Sonnen-Uhr brauchen wir im Neta nicht, weil die im Neta gar nicht funktionieren tut, Aha, okay, wobei, wir haben hier, wir haben Kakaobohnen, hmm, es wird Zeit, die 1.3 Vorteile zu unserem Vorteil zu nutzen, Und zwar machen wir es jetzt so, wir bauen uns eine Kakaobohnen-Farm, kann man sagen, aber nicht so, nicht so, weg da mit dir, du, na wie der Holzscheiße da, so, hier, so, äh, jetzt nehmen wir uns die Kakaobohnen und, äh, platzieren sie hier drauf, so, und die wachsen dann, und dann haben wir später noch mehr Kakaobohnen, für Kekse, die können wir dann irgendwelchen Omis verkaufen, ne, die dann behaupten, sie hätten es selber gebacken, jetzt müssen wir warten, bis es Nacht ist, ich glaube, ich verwalte da währenddessen mein Zeugen, einmal wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, ich glaube, ich mache mir sogar noch eine Rüstung, Aus, Babys, nicht Spaß, äh, hmm, ja, ein Helm ist besser als nichts, ne, okay, das andere Läger, Läder lagern wir, Kies haben wir, genau, das haben wir ja noch mitgenommen, aus können wir den weg ja eigentlich schon jetzt bauen zack 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 okay jetzt wartet bis die sonne untergegangen ist und das wird jetzt gleich sein sonne die schnelle unter wir haben 2012 du müsstest schnelle untergehen halt moment damit wechsel ich jetzt irgendwas jetzt aber jetzt kann man immer noch nicht jetzt aber 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 okay genug genervt jetzt aber ha ha ja gut wir können jetzt noch den weg hier noch glatt machen und dann nehmen wir sofort das ist jetzt nur eine kleine kurzarbeit vor dem netter ausflug und seifenblasen das blasen von seifenblasen jedes blubberblasenblasen der blubberblasenbaby wird brutal und bis zur keine ahnung durch die barbox okay einen kleinen weg aus gravel ein gravel haben wir noch übrig und das kommt hierhin so wir können jetzt eigentlich noch ein paar steine hinbauen so quasi so als so ein paar ja so alles einfach so als leuchtsteine sag ich mal einfach mal so als äh laterne sag ich ja genau laterne ist das richtige wort so ungefähr ich weiß nicht komm ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ja lass uns mal da und eine kakaobohne ist gewachsen ist ja toll jetzt nehmen wir die noch schnell mit oh ist nicht gewachsen fuck egal komm gehen wir in den netter ich habe mir jetzt lange lange genug gedrückt davor so it's nethertime dafür muss ich dann auch gleich eine andere musik rein tun dumm da dumm da dumm da dumm latschen wir durch die gegend wie ein fußballer bloß dass wir keinen fußball haben ich wollte eigentlich noch ranken hier das haus sieht irgendwie nahe aus von hier sieht irgendwie komisch aus oder was mein dir sehr merkwürdig sehr merkwürdiges haus also von nahen sieht es gut aus aber von der entfernung sieht er naja aus oder was mein dir naja egal ist geschmacks sei wir können es dann auch verbessern später jetzt wie gesagt ist netter time ist und tun wir ein paar blaze tun wir ein bisschen blaze jagen ach ich hätte noch einen bogen mitnehmen sollen aber egal jetzt hole ich jetzt hole ich mir keinen bogen wo ist denn hier unsere spinnenfalle ich hatte mal lust eis abzu spitzhacken mit einer silk torch äh spitzhacke wir brauchen noch mehr spitzhacken wir haben noch zu wenig aber egal es geht schon irgendwie so tür zu hallo spinne ich glaube ich spinne was machst du da ähm tja wir haben hier haben wir ne ich dachte wir haben hier ein paar kabel stones ne die diamanten spitzhacken lassen wir dabei ich nehme die jetzt nicht mit werden wir sterben ne 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 da haben wir hier so viel ne ne das kann das kann ich hier vergessen so steaks nehme ich mit so äh wollen wir mal ein paar gäste angeln ich glaube ich nehme mal eine angel mit buch und fehler unser tagebuch cool was haben wir denn da eingetragen bauen unser haus weiter ich möchte es fertig bauen in dieser aufnahme werden deswegen ein blablabla 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 okay äh ich schreibe einfach hin punkt aufnahme verdammt 2 gehen jetzt in den nähte ein paar äh flohen jagen smileys fertig fertig und das legen wir einfach wieder rein falls wir sterben dann ist unser ganzes buch weg ziegelsteine naja gut ähm das ist mit dem ofen drin gar nichts schade ich dachte schon du wärst die form meiner nase schreck mich doch nicht so du verdammt ich binne komm her du ihr seht scheiße aus ne spaß miese hat gute arbeit geleistet alle spinnen sehen unterschiedlich aus und jetzt werden sie krepiert krepiert ihr spinnen bastarde aber wir könnten unser schwert irgendwie nur verzaubern machen wir es einfach mal halt ja stufe 1 verzauberung ist erhöht was nemesis der gliederflügel was ist denn das jetzt keine ahnung egal komm ab in den nähte hoffentlich ja komm wir haben genug spitzhacken holz haben wir auch wir können unsere welche machen wir haben ja wir haben ja karl ist uns dabei ok was machen wir jetzt wir bauen uns der erste was auf und zwar und zwar und zwar wie wollen wir das denn machen wir haben hier unser portal die pflastersteine sind eher mangelware jetzt da gerade ich nehme mir mal das mit so einfach mal hier so ein bisschen grob in die gegend rum bauen die lassen die lassen sich ja zum glück sehr schnell abbauen Moment ich brauche noch eine andere Musik kann noch ein bisschen dauern Moment Nachts ich hab's gleich Leute Geduld, 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 Geduld und hier bitteschön ihr habt eure Nachtplaylist äh ja ok ich werde hier nicht zum singen anfangen weil ich die Musik ja nicht hören kann da kann ich dazu gar nichts singen ist irgendwie auch noch ein weiterer Vorteil dann fange ich hier nicht zum singen an das nervt euch wahrscheinlich auch immer also falls ihr mein Gesang mögt schreibt doch einen Kommentar wir haben ein paar Seide von den Spinnen erhalten wir haben Schaden gekriegt warum warum egal ich glaube wir sollten uns vielleicht unsere Basis da vorne aufbauen weil dort ähm die große Umgebung da ist hier sich jetzt eine Basis aufbauen die nicht schützt ist eher unnötig ok ok was haben wir denn hier ist hier ein Guest wap 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 feuer ich spiel mir überhaupt noch easy ja ihr seht easy 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 nix posi modus ne ok äh scheiße ich kann jetzt nicht hören weil uns ein Guest angreift ich glaube ich muss die Musik gleich wieder einschalten Moment ich machs jetzt gleich schnell das kann jetzt zwar sein dass die ähm dass ihr mich jetzt schlechter hören werdet aber Moment so ich hoffe das passt jetzt ich hör gar keine Musik oh das ist so leise dass ich sie nicht hören kann naja hoffentlich hört ihr die Musik ansonsten ist es ein bisschen langweilig ähm der ingame sound ist auch ein bisschen leise höre ich also es kann jetzt sein dass ich jetzt alles ähm umstelle gerade naja egal ich lass es jetzt einfach so wie vorher dann greift mich halt ein Guest an es ist jetzt auch nicht so tragisch passt das schon? ja passt so ok bauen wir uns zuerst hier ja wie gesagt was auf hey da begeht sich unser da begeht sich das Gloucester und ja für mich schon an seht ihr das? cool so oh Feuer muss loschen Feuer Hallöchen Zombieman Hallöchen noch ein weiterer Zombie Piggyman hoffentlich greifen die uns nicht an weil wir haben sie ja provoziert in ähm wo wir letztes mal hier waren werden sie uns angreifen dann zahlen wir es denen mit doppelter Stärke zurück hüh 1 2 3 so erstmal hier ein Schutzwall scheiß wir haben nicht so viel Covelstones da muss ich ein bisschen sparsamer sein jetzt ja ja benähter bauen ist auch ein bisschen blöd finde ich naja aber in meiner letzten Showwelt habe ich ja wie gesagt eine riesige riesige Niederfestung gebaut öpfelöschen ich will hier nicht nochmal erschreckt werden weil ich brenne so hey du ich weiß wer dein Vater ist ich schaue sie jetzt runter gib mir dein Goldschwert gib mir dein Goldschwert gib mir dein Goldschwert ähm so nennen wir mal das da hier mit wenn wir es haben dann schauen wir uns nach einer Festung um oder wir suchen dann nach einer Festung wo wir dann ähm wo wir dann nach einem Lowey Spawner suchen und uns ein paar Lowey Sticks holen ok ich möchte hier aber zuerst noch die Wand hier fertig bauen 1 2 3 so ich glaube das passt so zack 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 gut ich hab's nicht so gerne eng deswegen mach ich noch einen Block höher oh spring spring hallo ich springe jetzt ein bisschen weil ich diese Wand was werde ich bauen muss hop 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 und ich werde auch ganz heiße Moment Hallöchen ok scheiße naja macht nichts die Decke können wir wahrscheinlich nicht mehr fertig bauen weil wir uns dafür die Steine nicht mehr reichen aber naja dafür haben wir hier halt jetzt einen Schutzwall vor Guests 1 2 3 1 2 3 ne wo ist die 3 hier ist die 3 4 5 6 7 ok jetzt müssen wir hier das hier ebenen oder wollen wir es so machen ich hab keine Ahnung ok ich muss eben so ich mach das hier so dann nehme ich das hier mit äh blockier es hier das da so und das passt fürs erste den Boden können wir später noch aus ähm verbessern mit Wolle so können wir es sogar machen kann es aber sein dass es zum Brennen anfangen wird falls hier irgendwie ein Guest unser Haus erwischen sollte ja wobei da mach ich doch nichts das wäre ja blöd ne ok jetzt 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 oh siehst du das Wackelpudding sagt der Gronkh dazu ähm jetzt zeig ich schon wieder Gronkh achso ne das ist ja nur ein Pigment ich dachte das wäre ein Fire Slime Fire Slime ok ok und jetzt wird's gegess äh g g gdingsbums ne jetzt suchen wir nach ein paar lowe hey lowes was geht nichts los ok ich schau mich hier noch ein bisschen um ne wir haben jetzt naja elf stücken reichen eher nicht wir können uns ja nur welche machen hier ist ganz schön was los hallo leute greift ihr mich auch nicht an ich male gerne und pflücke Blumen und was macht ihr so hallo wir vongern wir vongern wir vongern ah gut das ist grad seh äh shit melonen melonen schau mal ich fresse eure kollegas nicht das ist nur eine melone ihr greift mich doch nicht an oder ich bin hier doch ganz friedlich ne mit meinem schwert ok äh oh so viel glowstone ist ja toll ähm ähm oh mein gott das ist ganz schön tief hallöchen na wie siehst du denn aus du siehst ja aus wie ein ork hey schwanz raushängen was ne das kenn ich das hab ich früher auch immer gemacht so äh ah scheiße jetzt leckt es hier ah wo geht es denn da lang oh mein gott oh mein gott oh lava naja gut äh hoffentlich werden wir uns hier nicht verlaufen mit